Guten Morgen zu Tag Nr. 2, Mittwoch. Ja, wir machen jetzt noch Kleinigkeiten am Kart. Und heute gibt es auch nicht mehr viel zu machen, weil gestern schon einiges erledigt worden ist. Sehen wir dann. Ich weiß, dass wir jetzt nicht mehr Zeit wird. Jetzt kommt die Spannungsgüste. Was ist das? Das war's für heute. Wir sind gerade bei einer Streckenbegehung. Einfach mal schauen, wie die Strecke ist, logisch. Aber grundsätzlich ist es auch gerade hauptsächlich wegen der Langweile. Wir sind schon so gut wie fertig für heute. Tetsian und Noah dürfen jetzt mal Reifen holen, dass sie das auch mal hinter sich haben. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Dann geht es schon in Richtung Abends. Ich gemütliche Essen und morgen beginnt dann das Training. Wir erneuern jetzt den Sensor von der Gerissen. Den R1 Motor, den ich von gestern verzählt habe, den machen wir jetzt dran. Das ist ein tolles Problem. Ja, aber ich glaube es auch. Du arbeitest schon. Das ist ein neuer Partner, Sitzpartner. Und sonst gibt es ein paar Sachen. Greyhound. Vielen Dank an Greyhound. An Alessandro, Lorenzo und Arianna. Vielen, vielen Dank. Alte Freunde. Da bin ich 2020 mit denen zusammen in die Europameisterschaft gefahren. Absolut wunderschöne Menschen. Wirklich die besten Menschen, die ich im Kartball kennenlernen durfte. Grazie. Ja. Waren wir mal in die Gitarren. Ach, ich bin jetzt nicht. Wirklich? Wirklich? Das war. Wirklich? Wirklich? Es war Tag 2 in Wackersdorf, wir haben heute nur aufgebaut und das Car zusammengebaut, haben es ein bisschen warm laufen lassen, Vergaser gemacht und Reifen gemacht. Genau, heute war noch nichts mit Fahren und nicht vergessen, Abo dalassen, Like dalassen, gerne auch kommentieren und morgen kommt dann das nächste Video. Wooh!